yo leute heute bin ich wieder am start astro es ich zeige euch wie ihr diese dorf hier schlagen könnt platt machen könnt ja so sieht es aus ungefähr ja was machen wir dann machen wir sonst mit karschner ging alles schnell gehen alles so schnell gehen ja alle von hier aus ich muss mich rein pumpen ich muss alles schnell gehen ja weiter 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 machen wir so die eis zauber nerven hier fallen nerven hier es ist halt nicht normal dass die fallen hier sehr aktiv sind es hat große falle taktik spiel muss schlau sein muss denken und einsatz machen so kommt ihr dann vorbei ansonsten würdet ihr gar nicht schaffen würdet ihr seht überall sind maulwürfe faul 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 ja so würdet ihr das auch schaffen wenn ihr genau wie ich macht da machen wir nochmal einsatz könig könig muss platt gemacht werden genau könig ist jetzt am marsch jetzt wächter und königin machen jetzt alles platt alles platt machen jetzt leute es so ist das jetzt ja so könnt ihr das auch genau machen und dann kommt ihr auch durch genau so somit ist das 100 prozent so wird das geschafft heute so wird das gemacht leute dann mal los dann mal los ciao ciao daumen nicht vergessen abone nicht vergessen ciao so Vielen Dank.